In diesem Film lernen Sie die Aufgabenleiste kennen und erfahren, welche Informationen sie Ihnen liefert und welche Möglichkeiten sie bietet. Die Aufgabenleiste enthält einen Datumsnavigator, die nächsten Termine und Ihre Aufgabenliste. Ob sie jedoch überhaupt zu sehen ist bzw. wenn ja, ob sie sich so richtig breit macht oder nur als Strich in der Landschaft erscheint, das hängt von den jeweils aktuellen Einstellungen ab. Im Menü Ansicht Aufgabenleiste gibt es drei Möglichkeiten. Erstens Normal, also so wie jetzt. Zweitens Aus. Drittens Minimiert. Konfigurieren Sie die Bestandteile der Aufgabenleiste über Ansicht, Aufgabenleiste, Optionen, um zum Beispiel mehr Monate im Datumsnavigator anzeigen zu lassen. Die Aufgabenleiste ist streng genommen eine Vorgangsliste, denn nicht nur die klassischen Aufgaben, sondern jedes Element mit einer Nachverfolgung wird hier sichtbar. Natürlich können Sie alle Elemente direkt aus der Aufgabenleiste öffnen.